Prozent Halli Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zurück zum weiteren Live Commentary auf meinem Kanal ja so sieht's aus ihr Guten heute ist Sonntag um noch mal schnell eine Runde U3 zocken wir haben es auch schon abends aber ich hab so gedacht kommen für euch zock ich noch mal ne Runde beziehungsweise muss ja noch mal ein schnelles Video machen und ja ich muss sagen ähm dass ich ja ähm relativ gut in U3 geworden bin also ich hab das Spiel jetzt ne ja ne Weile gezockt am Stück jetzt auch und ja es läuft einiges besser also gerade noch mal ein schönes Warmthin geschafft aber hab ich leider nicht aufgenommen und ich dachte mir so ähm das ist ein Zeichen dass ich heute unbedingt ne Aufnahme machen muss nein wenn ich jetzt sterbe ne das ist ein Zeichen dass ich unbedingt ne Aufnahme machen muss und nein das war doof ach komm guckt mal Leute gerade ey ich bin so ein Vollspacken ey ohne Spaß auf jeden Fall ja Leute heute zocken wir wieder eine Runde live ich dachte mir so ähm für euch müsste ich ja eigentlich noch einen Live Commentary machen damit ihr noch was zu gucken habt für Start der Woche und so das wird ungefähr Montag rauskommen Montag in aller Früh damit lol ich bin so ein Lacker sponnt genau eine Sekunde da noch einer ja ähm dachte ich mir so dann machst du nochmal kann ich hier mal ausreden machst du nochmal ein neues Video damit deine Abonnenten was zu gucken haben und ja ich hoffe dass es jetzt auch einigermaßen läuft was war das denn schon wieder für ein Spider-Man Skill hier von mir ey Juti hä ich will die Waffe genau ähm ja wie gesagt heute ist Sonntag wie oh Gott wie ihr eigentlich wissen müsst ich hasse ich den Sonntag eigentlich morgen wieder Schule und so aber jetzt ist ja sowieso schon Schule an sich zu Ende und dementsprechend finde ich geht das kommt fein über aber schade uiuiui und dementsprechend ja geht Schule eigentlich so wie viel haben wir eigentlich 5-1 naja ich muss ich versuche jetzt ein bisschen ja äh themenbezogener dahin zu labern und trotzdem einen guten Score zu machen was halt dementsprechend denn wirklich schon ziemlich schwer ist verkrache ey alter scheiß jemand an das war ein bisschen knappi aber kein Problem für uns denn wir haben unseren geilen Hämmer hier und ja meine Nase fängt wieder an zu jucken aber das ist ja mittlerweile schon fast täglich bleib mal stehen danke und jetzt noch ein Schusspistole denn jetzt Ende mit dir ja mein neuer WLAN Router ist auch angekommen ich finde jetzt die Veränderung noch nicht so aber wie gesagt erst am 22. kommt dann auch die erhöhte Leitung und dann wird es abgehen dann bin ich vielleicht noch ein bisschen besser als jetzt obwohl das jetzt eigentlich auch ganz anschaulich ist muss ich sagen oh 9-1 vielleicht wird das ja wieder ein Rumpet wird aber also vielleicht mache ich wieder ein Rumpet aber es wird nicht ganz so einfach weil live und so dann bin ich halt ziemlich viel unkonzentrierter als jetzt wenn ich was nachkommentiere obwohl ich sowieso noch nie ein live Rumpet auf meinem Kanal gebracht habe das ist sowieso ziemlich schwer meiner Meinung nach live so ein Rumpet zu erspielen aber wir packen das hier Expones ist natürlich nicht so schön aber egal hier komm her du weg und dein Kumpel auch noch guck mal ein Fugui haben wir schon vielleicht noch ein Rage ist ja auch ganz amüsant so Hämmer time hier klein Schnecken hier und die beiden auch noch weg ja wie gesagt Leute bei mir gibt es nicht so viel leider ich bin jetzt auch wirklich nicht so der wie nennt man sowas der Lebens der der Mensch der so unbedingt Aufregung in seinem Leben braucht ich bin ja so der ruhige Typ und ja heute kam ich auch also ich hab heute ich fange heute erst so spät an aufzunehmen weil ich den ganzen Tag nicht da war beziehungsweise ich war bis abends weg und dann bin ich also quasi bin ich heute morgen heute früh also nein 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 ok wir rennen ok wir rennen nein ich lebe noch oh komm bitte oh Gott ja klar jetzt gilt der mich mit einem einfachen Zweikampf oder was und ich bin halt ähm erst heute ne treten wir runter äh Gott ich will so nen Rampage jetzt bitte schaffen Gott war das Fail nein danke wie auch immer du warst vielen Dank oh mein Herz schlag ist immer so hoch ey wenn ich hier so umramp nein oh man ach du kleiner Penner du boah ich wollte jetzt mal ein Live Ramping schaffen und was machst du du gibst mir einfach ein Nake Break ey danke du Penner dafür töte ich dich jetzt mit richtig viel Spannung oh Gott habt ihr das gesehen habt ihr das gesehen ey dieser Junge ne oh Gott egal schade wär so ein schönes Live Ramping geworden ich hoffe ihr seid mir jetzt nicht böse oder ihr seid nicht traurig dass jetzt keins geworden ist ich zocke gleich noch mal ne Runde und ich hoffe dass ich den Ramping für euch jetzt spielen kann damit ich halt auch ein paar Videos für die Woche noch hab ähm ja dann nehmen wir den mit und hier sein äh geilen Freund den auch noch und ja wir müssen halt immer jetzt aufpassen weil die doppelte Damage haben ja schade aber den gönne ich das der Typ der mir grad den Killer gemobst hat weil der hat mir vorhin beim Ramping so krass geholfen scheiß scheiß doppelte Damage jetzt schrauben wir hier einfach runter der kriegt uns nämlich deswegen nicht mehr und ja sorry wenn ich mich jetzt hier kurz verstecke Leute wo 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 nein ach komm ey Leutchen guckt und sowas ist immer da richtig das Spiel so übel auf aber egal vor allem wenn ihr doppelter Damage kommt und ich live aufnehmen geiler Fail dann regt mich das Alter ich werde schon wieder sauer gerade ey es hat so gut angefangen ja und jetzt sterbe ich hier durch irgendwelche Bobbys und doppelter Schaden und am besten kommt gleich noch einer mit einer Quick Boom von hinten oder so ey wenigstens einer der noch was versteht von sterben Kämter hier merke nee Hallöle A2 egal nehm ich mir beide mit den Punch ist ja 3 wird natürlich dann wieder schwer wa ja und von hinten Leute ey ich hasse es ohne Spaß ja von links von rechts von überall und dann soll ich hier alleine die kaputt machen oder was ey ich bin auch nicht so der Pro bin vielleicht nicht so schlecht aber so so der Pro jetzt gegen alle komme ich auch nicht an das war dafür dass du meine schöne Strähne kaputt gemacht hast du kleiner Penner ey jetzt komm wenigstens näher und kämpf wie ein Mann und nicht wie so ein ja ok ich stöfe wenigstens naja Leute ich würde sagen das ist einigermaßen anschaulich der Endscore war jetzt wie viel äh 24 zu 6 ist eine 4er Quote ich hoffe es hat euch gefallen haut rein bis zum nächsten Mal euer Final P und ja wenn es euch gefallen hat schön gebt vielleicht noch einen Daumen ist immer gut und jetzt los ja haut rein ho sung zu einen